Ich bin Schriftsteller. Ich habe Material gesammelt für meine Charaktere. Haben Sie mal Ihre Augen einfach so schweifen lassen? Über die Menge der Leute? Der Blick bleibt plötzlich an einer Person hängen. Und dann ist diese Person nicht mehr Teil einer Menge. Sie wird ein Individuum. Sind Sie auch Frauen gefolgt? Ich bin jedem gefolgt, wollte sehen, was sie machten, wo sie hingingen. Und als es aufhörte, sozusagen zufällig zu sein, da fing der Ärger an. Allmählich kommst du auf den Geschmack. Das Einbrechen der Projurismus, das ist genau dein Ding. Gefährlich inwiefern? Insofern, dass er in gefährliche Sachen verwickelt ist. Demselben Menschen nie zweimal folgen. Das war die allerwichtigste Regel. Und das war die, die ich zuerst gebrochen habe.